So, willkommen zu einer Runde Crysis 3 Multiplayer Demo, nein, nicht Demo, Beta. Ich wollte das gerne mal testen mit dem Aufnehmen gerne, mit der neuen Grafikkart. Ich habe das auf volle Pudel gesetzt, also höher geht nicht. Oha. Was? So. Hochelaction? Nein, noch nicht. Bist du noch im Laden, oder was? Nein, ich bin im... Oha. Doch, also mit TX-AA auf 4 habe ich jetzt 30 FPS, weil, while recording. Wow. Ich weiß gar nicht, wie es klasse ist, wir sehen die immer. Aber mit 30 FPS komme ich meistens nicht so gut klar, als mit, wie jetzt zum Beispiel mit... Ähm. Bist du Gegner oder bist du Kollege? Mit ein bisschen mehr. Oh, krass, ich hatte gerade einen Hardcore-Ruckler. Ich habe... Mir läuft es gerade auch nicht so flüssig. Höh, du hast ein Gegner? Oha. Wann ich gerade sagen, wieso räumt das mit uns? Da hier haben wir keiner mit, so. Wieso sind die unsichtbar, Junge? Das ist ekelhaft. Ich weiß es auch nicht, Berti. Oh. Bam, 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 oh, ich bin tot. wut somebody help critical Komm da gerade ein am töten Man kann es ja hier mal so zeigen Und man muss ja schon sagen Es sieht aus und Weise bei es nicht so 2D mäßig Also ich weiß auch nicht, so ganz komisch aus TREFF DOCH MAL und das Spiel ist echt genial, eigentlich Wenn man das Alter, mein Aiming ist so scheiße, Junge. Oh, ich glaube, weg, Omo. Mit der Maus empfiehlich, wäre noch nicht klar. Vielleicht auch nicht, Omo. Ist alles ein bisschen schöner hier. Man kann auch da den Kopf treffen, Alter. Alter, hops doch nicht so dumm rum. Wie soll man in einem treffen, wenn er so rumhopst? So soll ich immer hopfen? Boah, ist ja gut gelaufen. Hops, hops, hops. Hier war doch gerade einer. Ja, habe ich auch gedacht, dann habe ich auch gedacht. Toll. Okay. Also ich habe jetzt hier im Durchschnitt zwischen... Wieso bist denn du jetzt im Regnerteam gewesen? Weil ich bin schon die ganze Zeit. Achso. Habe ich gar nicht gecheckt. Ähm, also ich habe jetzt hier während der Aufnahme im Durchschnitt 30 bis... Also 25 bis 30. Jumping! Boah, ich liebe dieses Springen. Das soll überhaupt super schön. Boah, 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 boah. Ja, wieso hast du einen Flammenwerfer? Alter, wie wechselt man die Waffen? Ich dachte mir mit dem Maus gerade so. Wui! Wieso hast du so ein ekelhaftes Ding? So ein ekelhaftes Ding? Das war einfach, weil ich es kann. 2, 4, wieso habe ich... Ich habe auch nur 2, 2, ich habe nur 2 Leute getötet. Ey, kommt mein wunderbarer Kill nicht? Der war so... Oh, ey! Ich habe viel mal geglauben, das weiß ich. Achso, Match Highlights. Nyaaah! Das ist doch mal nice. Continue. Continue, bla bla bla. Hamala, damala, damala. Ich bin auf jeden Fall für F1. Ganz klar, weil ich auf den Hunter-Modus jetzt nicht wirklich Lust habe. Ach, hau bloß auf jeden Fall mit Hunter. Ne, geh raus, nicht Hunter, dann geh ich raus, ey. Weil er diese Hunter hat, ist der größte Müll, was er auf dir trägt. Ach komm. Ich spiele es einmal, damit ich es mal eben zeigen kann, einfach. Nehme mich mal als Freund an, hast du was? Hab ich schon. Airport, schon wieder. Map ist kacke, Mogul ist eine Scheiße. Oh, D.U. spiele auch. Ja? Was? Was ist denn Match? What? What, what, what was? Brrrr, 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 brrrr. Ich such das jetzt. Ja, du suchtest das Spiel jetzt. Am Anfang haben wir erstmal kleine Kurzruckler. Ah, jetzt habe ich. Ich habe Loading Action. Boah, Junge. Da sitzt du ja. Da fliegt einer. Du sitzt vorne. Jetzt ist er, jetzt fall ich Egel. Da liegt einer. Was bin ich denn, natürlich, ich bin eine Cell. Ein Cell? Cell-operativ. Ey, ich habe eine Waffe. Ich auch. Lass uns mal wieder, diese Waffe, die ist eigentlich recht chillig. Dieser Bogen ist schon echt assi, Alter. Der ist echt One-Hit. Der fick, Dinge. Aber. Aber. Ich habe bestimmt das gerade irgendwie. Aber. Oh, Alter. Alter. Ich höre, da war wieder, das Geräusch, Alter. Spielst du? Ja. Ey, bei mir habe ich wieder Loading. Ey, es ist ein connection to the... Alter. Oida. Alter, hör mal auf. Alter, Geräusch. Ich bin irgendwie runtergeflogen. Alter. Leck mich. Wo ist dieses Ding? I don't know. Boah, fuck you. Ich habe es gehört. Ich habe das Bogenspannen gehört. Fick dich. Jetzt bin ich auch so ein Hunter. Egal. Das einzig lustig... Das einzig lustige an der Sache ist, dass ich jetzt auch so einer bin. Ich bin auch so ein Ding. Egal. Hallo. You are now a Hunter. Ich bin auch so ein Job. Ich bin auch so ein Job. Ich kriege die hier. Ich kriege die hier. 30 Sekunden left, kill them all. 30 Sekunden left, kill them all. Wie ist die da, oder nicht? Wie stehe ich genau über so einen roten Punkt? Dann mach was, Bertie. Wo ist denn der Homo first? Cheetor, oder was? Ich bin in trouble. Wo war's? Hä? Wo war der? Das muss mir sogar mal einer erklären. Also der müsste... Ich wurde auch angeschrocken, aber der war uns... Keine Ahnung. Hä? Achso. Der stand... Der stand da drin. Da hab ich den nicht gesehen. So, ich laufe mal mit dir zusammen. Ich hab das Gefühl. Ja, glitch. War mir klar. Glitching. Gubst denn du? Ich bin hier. Ich weiß nicht, was bist du? Bist du so ein... Hinter dir. Bist du ein Mensch, oder bist du ein Haufen? Hinter dir, da. Ach du Scheiße, jetzt geh ich weg. Und du blutest? Nee, jetzt ruhig nicht. Also... Oh, zwei hat man. Drück mal zwei. Ich weiß, dann kommst du auf... Was macht das Ding dann? Hallo? Also, komm doch hier. Leute, was machst du da? Alter, da ist wieder so ein Typ. Da ist wieder so ein Typ. Hilfe, mein Typen. Hilfe, wo ist denn der, Alter? Das nervt mich voll unnormal, dieses Geräusch. Alter, jetzt kommt das schon wieder. Alter, verpiss dich. Du, Homo. Aber ein. Sehr schön, Bertie. Sieht man nämlich in ganz kurz, glaube ich. Also, ich bleib hier so. Was hat man auf drei? Au. Mein Moniz. Unter dir. Warum? Wo bist du? Ich bin jetzt tot, Junge. 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 Was ist tot, Junge? Ich weiß nicht mehr, wo das jetzt war, ne? Alter, ich bin so ein Opfer. Oh Gott, das kommt vor hoch, man. Uua! Nein! Booyah! Nach 7000 Schüssen haben wir ihn. Bist du eigentlich tot? Da ist einer. Jetzt bin ich tot. Ey, ich hab den gesehen! Mist. Cell survived. Ein paar Punkte hab ich noch gemacht, oder? Oh, 410. 2. Ist das eigentlich die Ping, die letzte, was man da hat? Das letzte, was da steht, ist, glaub ich, der Ping, ja. 140? Ja, dann bist du gut. Du hast 101. Boah, haltet Maul, ey! Nicht jetzt Hunter, ey, das war ekelhaft. Man, ey, wieso müssen diese Opfer immer mit ihrem Ultra-Super-Rausch-Mikrofon eigentlich immer den Voice-Chat voll... krächsen, ey. Ja, leck mich, wo ist dieses Vieh schon wieder, ey, das geht. Oh, wieso hast du so'n komischen Männchen? Wah? Ich hab dich getroffen, aber mal warst du weg. Ich checke überhaupt nix, Junge. Äh, ich bin immer zu blöd, um diese Viecher zu sehen. Oh, lol. Mit dem Bogen, oder wat? Boah, leck mich an ne Nüsse, Alter. Ich hasse diesen Spielmodus. Weiß, ey, das ist von Asus, da man sieht überhaupt nichts. Du bist jetzt Hunter. Stalk and kill all. Stalk and kill all. Waaaaaah. Wah? Boah. Boah. Boah, Junge. Was? I killed one. Ich hab auch fast... Ich hab zwei Stück gekillt, oder was? Ja, da läuft der mit nem Flammenwerfer rum, oder was sagste? Ne. Lol, womit hat der geschossen? Cloak. Hoppa, hoppa. So. So, wo ist der letzte Homo? Glitcht wieder einer. Exterminate them. Irgendwie ist das lustig, aber auch irgendwie kacke. Schon wieder haben diese Noobs überlebt, man. Also ich hab nen Kill. Zwei Kills sind gelöst. Hunter haben gelöst, und... Ich bin irgendwie wieder kein Hunter. Weil so irgendwie Hunter spielen macht doch irgendwie Bock. Ja, es ist lustig, es ist so... Muss man sich dran gewöhnen, glaub ich. Ja. Man muss sich allgemein, finde ich, an das Spiel gewöhnen. Was bist denn du jetzt mit dir? Weiß ich nicht, Junge. Ich glaub du bist Hunter. Was bin ich? Ein Hunter? Ne, ich seh dich doch, du Homo. Was bist denn du? Ja komm, bleib mal stehen. Warte. Siehst du mich? Noob. Ich geh wieder weg. Ich geh wieder weg. Ich hasse das unnormal. Ich seh diese Viecher ja nicht, ne? Ich bin ja bei sowas immer extrem blind. Fire and all! Fire! Fire! Sprich noch ein bisschen mehr, du Oller! Wer? Mein Typ. Dein Typ? Ich seh dich. Alter! Nein! Nein! Geh weg mit dem Geräusch! Das läuft aber auch nicht ganz hundertprozentig. What? Lol! Äh du hast auch lol. In der Butze ist so lol. Was ist das, diese Aufzug für einen sind? Äh? Alter, ich lebe. Die Frage ist, er ist noch wie lange? Oh nö. 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 Oh nein, ich höre dieses Geräusch. Geh weg mit dem Geräusch. Alter. Ich will das gar nicht so was von behindert. Kann da echt nur ein Kett laufen? Oder so? Da killte mich drei Sekunden vor Spielschluss, ey. Jedes Mal nervt mich das. Ich weiß nicht, wo man da hinkommt oder wie man da wo hinkommt. Ist ja ekelhaft. Immerhin, 1,47. Oh, Mann. Oh, Mann. Äh. Select. Nicht, ist das nicht letzte Runde? Weiß ich nicht. Ich bin wieder so'n Typ, der nichts kann. Ach so. Bist du wieder so'n... Moin. Du bist ein Berti. They are fast, they are deadly, deadly, deadly. Sie gehen mal auch noch hin. Hab ich nicht gewusst. Dann war hier, glaub ich. What? Ich will die nicht so. Was? Haha! Camper. Ich bin Camping FTV. Wer? Ich. Ich auch. Ich hab mich über eine Fahrstuhl gegeben. 2,6. Oh. Ich fack dieses Geräusch. Nein! Das leckt mich doch an den Nüsse! Boah! Ach, wie der Hardcore übersteuert der so ne Prozent, weil ich so laut bin immer. Mama! Mama! Boah! Ey! Wie ich dieses Scheiß hasse, wa? Dieses Scheiß... Gedöhnt, ey! Okay. Oh, da sind alle tot. Hier, guck ich bin unter die besten drei gekommen. Du ja auch! Ja. Ich hätt dich fast gewertet, aber... Das war echt schlecht. Ne? 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 Ich auch nicht. Nicht negativ. Ich schon. Bäm! Hab ich weggenutzt. Meine zwei Kills werden jetzt erinnert. Alle hier. Und da. Ich geh dich. Boah! War das ein Glückskill. Voll in den Fuß rein. Voll in die Fresse, Junge. Ich wär... Glaub ich hab nen Level Up. Weiß nicht. Customized Equipment. Aha. Auf, hast du noch nen Level Up? Scarab. Scarab, Scarab, Scarab. Nee, wie nimm ich drauf? Kasten Equipment. Ach so? Customized. Wie geht'n das? Equip and modify. Da. Barrel. Was man kann hier... Ich wusste gar nicht, dass man die Klassen hier stellen kann. Aber das schaff ich jetzt nicht. Scheiße. Ich hab... Aber... Ja. Ich spiel mit den Standardklassen. Die Nebi. Keine Ahnung. Und mich beschäftigen mit den normalen Klassen. Ich hab ja schon die Alpha gespielt. Aber die durfte du nicht aufnehmen mal. Sonst... Hättest du das hoch getan, dann hättest du wahrscheinlich äh... Hättest du... Hättest du gebannt werden können. Also... Das erstmal. Und dann hättest du wahrscheinlich... Dein YouTube-Con hätte auch sperren können. Das ist nicht mehr so... Dann spielen wir warum in meiner eigenen... Kontakt. Kontakt. Ich hab das gar nicht mal gespielt. Und wieso spiel' ich immer King? Weiß ich nicht, Bertie. Damit du mich wieder töten kannst. Also dann nicht dieses... Ich hör' das! Ich hör' das nicht. Alter, leck mich an den Nüsse, schon wieder dieses Geräusch. Was spielen wir jetzt hier, Hunter? Ach nee, ne? Ich meine ja nicht. Ich werde hier trotzdem umgekommen als der Bombs. Alter, warum... Ich kann dieses Geräusch nicht abhaben. Das ist irgendwie so ein Huzzle-Kick. Boah, ich bin so ultra lahmarschig mit diesem Triddens. Cell-Power. Oh, toll. Oh, yeah. I got a kill. Ja, bei so einem Spiel, so ein guter Steppen-Spiel. Mist, ich hab's doch gesehen. Oh, hat der auch so ein Biest in der Hand, oder was? Nö. Jetzt hat der mein Biest in der Hand. Dein Biest? Ach, als Maul. Alter, ist so ein Schiff. Oh, nö. Wie ich diese Flammenwerfer gedöhnt hasse. Wieso habt ihr sowas alle? Keine Ahnung. Dann killt er mich auch noch. Was? Ja, ich hab dich getillt. War das nicht gut? Kann man eigentlich die ganze Zeit coolen? Oh. Ja, also wie stark ist denn die Waffe? Ich hab ja nicht Trick mit dem Flammenling vor, wie ich vor dir stehe. Ja, ich zieh dir ja gar nichts ab. Das stimmt ja nicht. Doch, du hast nur an 71% Leben gehabt. Also. Ohlala, ich bin gestorben. Dann wollte ich die Platte legen, oder? Ja, da hab ich dieses Monster-Vieh umgebracht, Alter. Voll für'n Arsch, ey. Viel Nachlade. Ami-Animation ist so geil. Allgemein, dieses Spiel ist geil eigentlich. Boah, Junge, das sieht so geil aus hier. Also grafisch ist ja, pfff, ist das schon... Jedes Crysis hat eigentlich immer jedes Spiel getoppt, was die Grafik angeht. Alter, ich kann mit diesem Spiel nicht umgehen. Boah, ey. Gibt er mir nur einen Hit. Gibt ihm einen anderen Klappen. Alter, der war auch nett da. Der schießt auch alles daneben. Guck mal, ich geh mal als... Das ist die größte Fehler, den ich je machen werde, aber... Ja, Siki! Oh, lol, lol. Nein. Wee! Dead air. Alter, du haste null Schnitte gegen die. Was? Gegen was? Keine Ahnung. Ich seh die ja gar nicht mal so schnell. Aber man steh die vor ein und dann... Ja, das Problem hab ich... Oh! Das Problem hab ich übrigens auch. 0-4 hast du. Ich hab noch einen gekillt. Echt? Weiß ich nicht, ne. Das Problem hab ich nicht. Guck, du hast einen... Achso, einen Assist hast du. Boah! Ok, 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 ok. Oh yeah! Bam! Alter! 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 Ich komm nicht klar? Okay, immer mal bei dir... Was ist das denn hier? Oh ey, wieso kriege ich da? Ja! Ne! Ist klar! Tck! Ich kann es... Äh, nach der Runde höll ich aber auf... aufzunehmen auf jeden Fall. Ich hab mir so unnormal immer angewöhnt, auf Q zu drücken, um bei Battlefield den Typ zu markieren. Jetzt drück ich hier immer Q. Was ist das für ein Scheiß, ey? Selbst mir das Snipeaktor soll ich nicht mal im Hitmarken. Warte mal, ich hätte mal gerne hier die... ...die Feline. ...die Feline那ig ist. Oh, ja. ...woar. Oh! ...woar. 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 Ah, da wurde ich kaputt gemacht. Hä? Wie stehe ich? 6 zu 6? Ich hätte doch gerade unheimlich rumgeraged. Oh, dann wäre ich hier sogar noch getötet, ey. Ist doch ekelhaft. Lol, was macht der Typ da? Lol. Du, 6 zu 6. Ah, wie? Oh, lol. Wie macht man das denn? Oh, lol. Ich wollte eine Granate werfen. Was mache ich? Ich werde getötet. Ja, mal, ey. Alter, ich komme mit diesem Spiel nicht klar. Alter, gibt er mir einen One-Hit, ey. Ekelhaft. Ich wechsle gerade. Oh Gott, nicht durch. Oh, Leute, was hat mich jetzt getötet? Ja, genau. Oh, ist klar. Wenn sonst nichts kaputt ist. Fakt ist, ich bin in diesem Spiel echt schlecht. Ach, nö. Alter, das ist doch voll assi, Alter. Wieso läuft der mit so einem Gerät rum? Weißt du, das ist ein Instant-Kill, das Teil. Voll assi. Bin viel mal hintereinander schon gestorben, weil ich so drauf hab. Alter. Alter, was sind das für Typen? Ja, frag mir, was weiß ich. Voll, nee, wieso sieht man die nicht und wieso fliegen die rum? Tau, er sei ein halt flow grad vor mir hin und her. Wo ist der jetzt hin? Ja, ehrlich, ich bin jetzt Schluss. Was? Alter, nein, ich will da mal wieder hoch. Oh, okay. Runter. Boah, ey. Wird man hier verfolgt, oder was? Natürlich. Manchmal ist es besser, diese Waffen ohne Visier zu spielen, hab ich das Gefühl. Ja, was ist das denn für ein Monster? Ja, Sigi. Oh, da ist ein neues Teil. Maximum. Das ist ja kein Wunder, dass das so ein Freak ist, Mann. Boah, ist das assi. Ja. Nee. Ach, Mann. Ja. Nee. 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 Hi, di, di, di. Hm. Besuch. Den, nee. Ah. Verlaub mir, du, du. Uuah. Das sind zu viele, Junge. Uah, ich bin viel schrecklich für dieses Spiel. Ach, leu. Das war doch echt scheiße. Oh, Victory. Ich mach nur, was anderes. Boah, war ich so gut. Boah, 8-11. Naja. Ich glaube, I do stopping zur Aufnahme. Also, man kann festhalten, Full Settings mit der GTX 660 Ti ist möglich, ähm, zu spielen und so weiter. Also, würde ich sagen, bis im nächsten Part. Oder, nein, der Skop, das wird der einzige sein. Naja. Äh, ja, darf ich sagen, tschüss. Mhm. Uh, ja, darf ich sagen. Okay. Vielen Dank.